Hey, ich habe heute das sommerlichste Deckblatt für euch und es ist so gut zum Organisieren, weil wenn ihr das Blatt so einklappt, dann findet ihr es auf jeden Fall richtig schnell wieder in eurem Blog. Für das Deckblatt nehmt ihr am besten Textbar. Ihr könnt aber auch alle anderen Farben nehmen. Macht genau so viele Punkte, wie ihr euer Fach Buchstaben habt, dann noch schön verziehen und fertig!